Hallihallo Lüchen! Willkommen zurück zu einer neuen Folge Path of Exile mit Cyrus und STB. So sieht's aus. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Wurzel allen Übels. Und auf magische Weise haben wir auch unseren Startout gewechselt. Von der Lüchst-Folge auf diese. Von der Hetzten-Folge auf diese. Ja, so kann man's auch ausformulieren. Boink! Ach, okay, die sind ja jetzt nicht besonders stark. Die sind nur ein paar Levelchen jetzt drunter. 31 oder so. Ach, 41. Lächerlich. Das Level hab ich eigentlich. 47. Ja. Hup, hup! Puff. Äh, genau. Fire Level Up! Hm? Ach, du meine Güte! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Chaos! Och, da ist ein gelber Affe. Och, leck. Boink! Mhm. Blauer Affe. Und ein Leck gibt's auch noch gratis dazu. Hey! Jaaa! Ein Dutzend billiger! Ach! Ich hab' ich das Gefühl, das stimmt schon wieder was nicht mit meiner Position. Hm, scheinbar doch. Du siehst dann auch noch aus. Danke! Guck, das ist auch noch da, wo er sein soll. Das ist doch das Wichtigste. Ich glaub' wir haben alle. Ganz aufhört zu. Ganz wieder anfangen zu schießen. Hä? Hä? Oh mein Gott! Soll ich das nochmal. Das war voll der Troll-Affe. Oh mein Gott! Das ist doch eine Kombination. Troll-Affe. Boink! Ist das dann ein besonders großer Affe oder ein besonders kleiner Troll? Hm. Hm. Weiß nicht so genau. Ja. Ja. Je nachdem er drauf an, ne? Ah, hier ist's. Mal mehr Trollig, mal weniger. Hm. Wie jetzt jetzt aber hier... Hm. Polen offen und Warschau brennt. Heides. Puh. Puh. So viel. Ja, okay, Junge. Die Wurzel war in irgendeiner Höhle, ne? Hab ich mich recht entsinne. Ähm. Ach ey. Wir mussten mit dem Speer eine Wurzel... Beziehungsweise... Ach ja, genau. Hast du recht. ...irgendeine Wurzel von einem Baum damit kaputt stechen. Ja, und dann ging's durch ne Höhle. Und dann ging's durch ne Höhle, genau. Shadow X. Mhm. Sonst ist alles okay. Hm. Klar, immer. Naja, so klar ist das nicht. Ah, es ist klar wie Kloßbrühe. Mhm. Hm. Ich hab... Solange ich den Spruch schon kenne, solange hab ich noch keine Kloßbrühe gegessen. Ne? Ne. Daher frage ich mich dann auch jedes Mal, wie klar wohl Kloßbrühe ist. Du musst dir nochmal ein Rezept für Kloßbrühe suchen, machen und nachschauen. Ne. Das wird ja auch völlig wert. Ist das nicht der... Das, was dich in schlaflosen Nächten wach hält? Nö, nein. Die Frage, ob Kloßbrühe klar ist? Nö. Nö, eigentlich nicht. Ne? Nö. Bist du sicher? Ja, ja. Ja, ja heißt Leckmilch. Ne, ne. Boink. Boink. Treblechest. Nichts drin. Mhm. Boah, Premium Lecks hier. Premium Lecks. Ganz besonders guten, ja. Mhm. Hm, erhebt ja noch hier. Die, die schon vier Wochen im Keller lagen, bevor sie überhaupt erschienen sind. Eigentlich wurden sie auch regelmäßig gedreht und gefündet. Boink, 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 jetzt hab ich wieder mal. Wow. Ich bin's. Ha, das ist genial. Hier. Ach, hier ist er. Oh. Ach, hier ist er. Oh. Uh, jetzt blitzschert der Kerl. Das können wir aber so nicht durchgehen lassen. Jetzt haben wir so einen Multistritt der Kerl. Jetzt nicht mehr. Yippie. Blau. Blue Apes. Blue Apes. Blue Apes. Nicht, nicht Guano, sondern Blue. Blue Ape Group. Ja, die Brücke ist eingeschätzt. Nein, die Brücke ist eingeschätzt. Uuuuh. Keine Wettarbeit. Näh. Nicht, made in Germany. Hui, feurig. Feurig. Ahahaha. Da unten ist ein Baumstamm. Hä? Also hier rechts. Hier ist ein Baumstamm. Ich seh hier verdammt viele Baumstämme. Weißt du das? Ja, dann ist doch klar. Da frag doch nicht, wo einer ist. Doink. Willkommen in der Großstadt. Dort sehen sie ein Haus. Ja. Ah, finden wir uns auf dem richtigen Weg. In den Tod. Das sind auf jeden Fall sehr viele Affen. Wenn die Affen jetzt den Weg weisen, wenn die Affen jetzt den Weg weisen würden, dann ja. Ja. Frag doch mal einen. Hm. Die Werfen mit Steinen. Das war das Gleiche. Ich hab doch nicht Hierroga gesagt. Oh, das Blaue ist noch was Gelbes. Oh, das Gelbe ist noch lustig aus. Das ist ein Troll-Affel. Das ist ein Troll-Affel. Ja. Hm. Na, Digga? Hm? Ich hab mit den Affen geredet, nicht mit dir. Achso, du redest also lieber mit den Affen als mit dir. Hm. Ja. Tja, das ist dann wohl eine Sackgasse. Hm. Seit wann haben wir eigentlich angefangen, ihr Streits zu haben? Guck mal, hier ist ein Übergang. Blackwood. Schöner ist der falsche. Oh. Schluss der Gesellschaft. Boah, dann öffnen wir die doch mal. Die sind jetzt aber weit offen. Ja. Für jeden zugänglich. Du gleich wieder fängst. Ein Schlimm, der Böses dabei denkt. Das ist eindeutig du. Du auch. Nein. Ja, das... 100 von 69... Ne, 69 von 100 Männern können in jedem zweiten etwas Perverses finden. Hm. 69. Oh, Mann. Den findest du selbst ich scheiße. Was? Hä? Ich hab gesagt, den findest du selbst ich scheiße, hab ich gesagt. Mann. Das soll schon was heißen, oder was? Ja. Boink. Boink. Guck mal, ich kann auch fallenlegen. Da oben kommt was Lustiges. Ich kann wiederverwertbare Pfeile schießen. Yeah. Die sind leicht abbaubar und bleiben nicht in Bäumen stecken. Dafür im Boden. Ach ne, verstehen sie doch nicht. Echt nicht? Nee. Nee. Die sind... Verlieren dann nur die Farbe. Ah ne, doch nicht. Jetzt sind sie weg. Die sind weg. Die bleiben nicht da. Boop 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 boop. Sie können ab und zu mal meinen Blood Rage wieder ein bisschen verringen. Blood Rage. Mortal Kombat. hör Fund!!!! Stadt Affen hier kommen immer noch mehr blaue Tür voll ja noch richtige war hier eine Bar in der Nähe So wer ist in der Nähe? in der Bar ach so Könnte sein ja Da ist der Weg wieder Hier hat irgendwer seinen Lager aufgeschlagen aufstehen wieder aufstehen hier hinlegen aufstehen zimmerkontrolle was sie was sie machen über die rosenblättchen kann man nicht laufen da wirst du untergehen aus dem weg stinkende wurzeln war jetzt nicht so schwer ist das wieder die wir entzünden uns selbst flamme an genau wegpunkt direkt auf dem weg da hat so einen wegpunkt halt bestätigende logik wäre sinnlos neben dem weg also abseits des weges philosophische fragen ja sehr tiefgründig boink molten shell da kommt einiges oben ja da kommt einiges da steht auch noch einiges die fücher was meinst du mit die fücher was redest du du wirst es sehen ihr werdet sehen sprach der blinde ne ne naja falsches boink 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 klirr schepper hui da oben liegt diese grünen dinger schießen ah die konstrukte ja die in so dermaßen auf den sack gehen können dass es unglaublich ist nach aua 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 hui ich dachte ja eine schöne truhe aber stück und trugt oh zwei sakrophagen und ein gelber aua 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 da war der franke drungen huiuiui huiuiuiuiuiuiuiuiuiui huuu gucke mich so böse an getroffen er rett ich zum sakophag jo hört sich aber auch gerade auseinander genommen oder? Hat der gekritzt oder so? Ich weiß nicht, glaub ich so nicht mehr oder so Ich mein, dein Leben war ja... Oh, Physical Character Damage Dein Leben war ja weg danach, ne? Ja, so ziemlich Weißt du, eh, wenn wir treffen, dann... Dann sieht Licht aus Halleluja Alter Was ist der Mann da los? Irgendwo hinten ne Fabrik oder so? Die kommt da erst später, am Ende des Spiels sozusagen Na, das ist aber ne Zambandenfabrik Na, vielleicht werden die irgendwo noch ausgerüstet So Hier die Fallen und Co. KG Werten ihre herkömmlichen Zambanden Zu badass Zwei Hand Zwei Hand schwingenden Rüstungszambanden auf Genau Und da ist... Oh je Okay Wow, blinkt ja, ich bin auch nie an die Tür gekommen Näher an die Tür ist ja noch okay, aber nicht drinnen Ich hab grad der Nerdshot gelesen, aber das ist kein Nerdshot Oh Oh Ich kann eigentlich aufhören zu schießen Joa, das kannst du eigentlich machen. ScrooWitztum? Die Spinne steht da blöd. Und zack! Wunderbar. Stamm Profi ran. Das ist Schlosser oder was? Genau. Na no, ist hier wieder irgendeiner... Ach, wieder so ein Scheiß. Was haben die denn hier gerade mit ihren Attrodukten? Sag ich schon, mit ihren Konstrukten. Uh, das sind blaue. Das sind eine Menge blauer. Das ist eine Menge Autsch. Das ist echt eine Menge Autsch. Panik, alle Tränke auf einmal trinken. Ja, war wirklich so. Panik licken. 1 zu 5. Ah! Der 5 habe ich leider nicht erwischt. Aber der ist irgendwie normaler Tag. Oh. How's that? Na ja. Eigentlich hat nur 1 bis 4. Aber in diesem Sinne, haben wir wieder einen schönen Ort gefunden, um Pause zu machen. Schön viele Leichen und so, ne? Ach so, ja. aaaah. Jaaa. Find ich auch. Und in dem Sinne, wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer STB und der Cyrus. Tschüüüü.